Hi und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Mein Name ist Stefan und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute gibt es ein Video, was schon sehr oft angefragt wurde und das ist ein kompletter Workflow mit Luminar 2018. Ich zeige dir, wie man aus einem langweiligen Foto ein richtig geiles machen kann. Viel Spaß! Ja, vielleicht hast du das ja schon mal auf meinem Kanal gesehen, dieses Video ein langweiliges Foto in ein geiles Bild verwandeln und damals habe ich das mit Leitung gemacht und übrigens auch mit genau demselben Motiv. Das Foto ist zwar neu, das habe ich jetzt vor kurzem erst geschossen, allerdings genau an derselben Stelle, aber ich dachte mir, ich zeige dir jetzt mal das Ganze mit diesem Motiv auch in Luminar 2018, denn man kann auch mit dem Programm eine ganze Menge machen. Bevor wir aber mit der Bearbeitung anfangen, wollte ich dich noch ganz kurz auf meinen Instagram-Account hinweisen. Da lade ich immer wieder meine neuesten Fotos hoch. Das ist im Moment die einzige Plattform, die ich damit bespiele. Also schau auf jeden Fall mal auf meinem Instagram-Account vorbei, stefanschäfer90. Als besonderes Geschenk gibt es auch die ganzen Bilder, die ich jetzt hier benutze in diesem Video auf meiner Webseite. Da kannst du halt mal raufgehen, da kannst du dir sie kostenlos runterladen und mitarbeiten und von daher solltest du da auf jeden Fall mal vorbeischauen. Jetzt lasst uns direkt anfangen hier mit diesem Bild. Ich möchte dir mal zeigen, was man daraus noch alles machen kann. Zuerst einmal, ich habe hier schon so ein paar Filter offen. Das ist jetzt hier so mein Arbeitsbereich, mit dem ich immer wieder arbeite. Unter anderem hier die RAW-Entwicklung. Damit werden wir auch anfangen. Das heißt, ich werde hier mal so ein bisschen die Schatten aufhellen und dann auch so ein bisschen Glanzlichter hier noch runtersetzen, damit wir hier so ein bisschen mehr von dem Himmel sehen. Ich habe aber gleich vor, einen Himmel einzusetzen, den ich da gar nicht an dem Tag geschossen habe, sondern ein bisschen wann anders. Aber ich finde den Himmel hier einfach viel zu ausgebrannt und ein paar mehr Details wären schön. Deswegen werde ich da jetzt gleich den Himmel ersetzen, zeige ich dir dann auch sofort, wie das funktioniert. Das ist auch der nächste Schritt hier. Also ich wollte einfach nur die Glanzlichter ein bisschen runtersetzen, die Schatten ein bisschen auffällen. Die Temperatur werde ich noch ein bisschen weiter nach oben setzen, auf ungefähr so 6500 und die Färbung kann auch noch ein Stück weiter nach oben, auf ungefähr plus 10. So passt es schon ganz gut, denke ich mal. Dann werde ich diesen neuen Himmel jetzt hier einfügen als nächstes. Dafür habe ich hier oben eine Ebenenpalette und da klicke ich jetzt hier einfach mal auf das Plus und sage neue Bildebene einfügen. Ich habe jetzt hier mal noch eine JPEG-Datei von einem Himmel. Die werde ich jetzt hier einfach mal öffnen. Die findest du auch in dem Download-Paket, was es auf meiner Webseite gibt. Und dann können wir das Ganze hier direkt einfügen. Das wird jetzt erstmal hier so komplett über das Bild drüber gelegt. Das wollen wir so natürlich nicht, denn wir wollen das Ganze hier noch ein bisschen anpassen. Und deswegen gehe ich jetzt hier mal auf Werkzeuge und frei transformieren. Lumina brauche jetzt einen kleinen Augenblick, um das hier einmal vorzubereiten. Und dann kann ich das Ganze jetzt hier erstmal so ein bisschen weiter zusammenschieben. Also ich brauche ja die Sonne hier nicht ganz unten, sondern ich brauche sie so ein bisschen weiter hier oben. Ich werde jetzt insgesamt den Himmel auch noch so ein bisschen weiter nach oben schieben. Jetzt werde ich mal gucken, dass ich hier die Sonne ungefähr da platziere, ungefähr hier, wo sie auch wirklich war, damit das Ganze auch einigermaßen realistisch ist. Also ungefähr hier. Das ist schon ganz gut. Und jetzt werde ich mal einfach hier das Ganze noch so ein bisschen weiter auseinanderziehen, damit wir hier auch wirklich überall Pixel haben, wo wir sie haben wollen. Und jetzt haben wir hier diesen Himmel mit diesen kleinen Wolkenstrukturen und so weiter hier schön eingefügt. Wenn ich damit zufrieden bin, klicke ich hier einfach mal auf Fertig. Und das Ganze sieht jetzt natürlich noch nicht sonderlich gut aus. Das Ganze muss jetzt noch miteinander verblendet werden. Und das ist jetzt der nächste Schritt, den wir machen werden. Wir haben jetzt hier zwei Ebenen übereinander. Und ich kann jetzt mit einer Ebenenmaske diese neue Ebene hier, wo der Himmel drin ist, mit der darunterliegenden Ebene verblenden. Und dafür klicke ich jetzt hier einfach mal auf den Pinsel. Und da sage ich jetzt einfach mal Verlaufsmaske. Und jetzt kann ich hier einen Verlauf aufziehen. Das Ganze werde ich jetzt hier einfach mal mit gedrückter Maustaste machen. Ungefähr so, dass der Verlauf hier bis zu dem Horizont geht. Ja, so gefällt mir das schon ganz gut. So können wir das lassen. Und dann klicke ich jetzt hier einfach mal auf Fertig. Beziehungsweise werde ich jetzt hier im nächsten Schritt nochmal den Pinsel nehmen. Und hier ragt das Ganze ja so ein bisschen in die Berge hier hinein. Deswegen sage ich jetzt hier einfach mal mit dem Pinsel radieren. Die Größe kann ich noch ein bisschen runtersetzen. Die war auch nicht ganz so groß. Weiche Kante 100 und Deckkraft 100. Und dann radiere ich das quasi hier nochmal so ein bisschen aus den Bergen raus, damit wir hier auch keinen Himmel drüber zu liegen haben. Aber so gefällt mir das schon ganz gut. Wir haben jetzt hier unten noch so ein bisschen den helleren Himmel. Aber das ist ja auch genau das, was wir haben wollen. Denn hier ist ja die Sonne. Die malen wir jetzt auch gleich nochmal ein bisschen mehr hier rein. Ja, aber das ist ja ganz logisch, dass der Himmel hier am Horizont ein bisschen heller ist als hier oben. Das gefällt mir so schon ganz gut. Gut, ich würde sagen insgesamt, ich klicke jetzt hier erst nochmal auf Fertig, aber insgesamt können wir die Deckkraft von dieser Himmel-Ebene auch nochmal so ein bisschen zurücknehmen, weil sonst mir die Wolken auch ein bisschen zu krass im Bild sind. Also so dunkel muss es ja gar nicht sein. Die Deckkraft auf ungefähr 60 Prozent stellen. Ja, genau. Jetzt haben wir hier ein wesentlich besseres Ergebnis. Das gefällt mir wesentlich besser. Das sieht einfach besser aus. Das harmoniert einfach besser mit dem restlichen Bild. Das sieht einfach realistisch aus. Sehr schön, dann haben wir das Ganze jetzt hier schon mal gut miteinander verblendet und im nächsten Schritt legen wir jetzt eine neue Nachbearbeitungsebene an und wenden da all unsere Filter an, um das Bild zu finalisieren. Also hier auf Ebene plus neue Nachbearbeitungsebene einfügen und hier können wir jetzt unsere ganzen Filter hinzufügen, die wir noch haben wollen. Im ersten Schritt gehe ich jetzt also hier wieder auf Filter hinzufügen und ich werde jetzt hier nochmal den Entwickeln-Filter anwenden. Einfach nochmal um so ein bisschen insgesamt den Weißabgleich so ein bisschen mehr Richtung in die wärmeren Töne einfach zu schieben. Die Färbung kommt auch nochmal ein Stück weiter nach oben. Das gefällt mir so schon ganz gut. Dann werden wir hier insgesamt noch ein bisschen mehr Kontrast reingeben. Ich glaube, dass man insgesamt die Schatten auch noch ein bisschen aufhellen kann und die Glanzlichter noch ein bisschen runtersetzen kann, einfach um es noch ein bisschen mehr anzugleichen hier. Ja, Kontraste haben wir auch schon hinzugefügt. Ich denke mal, das sieht so schon ganz gut aus. Im nächsten Schritt werde ich mal den Accent AI-Filter hier noch anwenden. Da haben wir noch einen Regler, den Verstärken-Regler und ich drehe den jetzt einfach mal nach oben und dann siehst du schon, was passiert. Das Ganze wird jetzt hier noch so ein bisschen angeglichen von den Helligkeiten her. Also alles, was zu hell ist, wird ein bisschen dunkler gemacht. Alles, was zu dunkel ist, wird ein bisschen heller gemacht. Und das gefällt mir hier sehr gut, weil das so ein bisschen mit künstlicher Intelligenz das Ganze hier funktioniert und die Ergebnisse sind wirklich richtig super. Ja, also da hat Luminar bzw. Skylum einen richtig guten Job gemacht. Dann werde ich auf jeden Fall hier noch ein bisschen Dunst entfernen mit dazugeben. Dazu scrolle ich jetzt hier nochmal ein bisschen weiter runter. Ich packe hier die Stärke auf ungefähr so 13 ungefähr. Das gefällt mir so schon ganz gut. Sehr schön. Mehr brauchen wir hier gar nicht. Und dann gehe ich noch ein Stück weiter nach unten. Und jetzt werde ich die Sonne noch einbauen. Das ist jetzt auch nochmal ein Ding. Hier gibt es einen Filter Sonnenstrahlen. Da habe ich am Anfang gedacht, als ich das erste Mal den in Luminar gesehen habe, oh mein Gott, wer wird den denn jemals verwenden? Also kein professioneller Fotograf wird sich jemals so eine Sonnenstrahlen in seinem Foto bauen. Aber das ist tatsächlich jetzt hier mal so ein Szenario, wo es wirklich funktioniert. Also Sonnenstrahlen packe ich jetzt hier einmal rein. Und jetzt siehst du hier schon, haben wir eine Sonne drin. Die werde ich jetzt erstmal hier noch ein bisschen verschieben. Das kann ich entweder machen, indem ich jetzt hier die x- und die y-Werte hier mit den Reglern verschiebe. Ich kann aber auch einfach hier Sonnenzentrum platzieren klicken. Und dann kann ich hier meine Sonne verschieben im Bild, wie ich möchte. Und du siehst jetzt auch schon, wenn ich jetzt zum Beispiel die Sonne hier so ein bisschen hinter den Berg packe, dass dann auch tatsächlich das Programm das erkennt und hier die Sonnenstrahlen dann auch so ein bisschen verdeckt. Also das ist extrem cool gemacht. Ich werde jetzt hier die Sonne mal wirklich so zwischen den beiden Bergen hier so ein bisschen platzieren, damit wir hier so ein paar Sonnenstrahlen haben, die hier herausgucken. Sehr schön. Ich klicke jetzt hier erstmal auf Fertig, weil ich die Sonne gut platziert habe. Und jetzt kann ich im nächsten Schritt hier noch meine Sonnenstrahlen bzw. die Sonne selber bearbeiten. Ich kann jetzt hier also zum Beispiel mal die Stärke einstellen. Das würde ich nicht zu doll machen, eher ein bisschen weiter runter. Den Look kann man hier noch einstellen. Also möchte man außenrum das ganze Bild ein bisschen dunkler haben oder eher ein bisschen aufgehellt haben. Ich denke mal hier so bei 50 kann man das lassen. Man kann die Nummern der Sonnenstrahlen hier noch einstellen. Würde ich auch ein bisschen weniger machen, eher. Die Länge kann ich hier noch einstellen. Die würde ich auch ein bisschen kürzer machen. Aber dafür die Farbtemperatur, die würde ich noch nach oben setzen, weil wir hier einen Sonnenuntergang haben. Also kann man hier auch wirklich die Farbtemperatur mal so auf 56 stellen. Das muss ich bei der Sonne selber dann natürlich auch tun. Also hier sollte man die Farbtemperatur von den Sonnenstrahlen und der Sonne selber, die sollten schon einigermaßen gleich sein. Ja und die Sonne selber kann ich jetzt hier auch noch ein bisschen einstellen. Ob ich die größer haben möchte oder eher ein bisschen kleiner. Ich denke mal hier so ein bisschen kann man den Radius noch nach oben drehen. Aber nicht zu viel, ungefähr bis 55. Den Leuchtradius und die Lichtmenge, die lasse ich hier so. Aber ich finde das Ergebnis hier wirklich schon sehr, sehr gut. Und die Sonnenstrahlen, das ist wirklich ein Filter, wo ich wie gesagt am Anfang echt skeptisch war. Aber jetzt so im Endeffekt hat Skydam da echt einen guten Job gemacht. So, sehr schön. Dann haben wir jetzt hier auch unsere Sonne drin. Das ganze Bild wirkt schon richtig schön dramatisch, genauso wie ich es haben möchte. Ich werde jetzt im nächsten Schritt noch hier den erweiterten Kontrast hinzufügen. Der erweiterte Kontrast ist auch ein super Filter, den es so tatsächlich eigentlich nur in Photoshop gibt. Und da muss man sich das auch so selber ein bisschen bauen. Denn hier kann man einmal die Glanzlichter, die Mitteltöne und die Schatten so ein bisschen einstellen. Und wenn ich jetzt mit Luminanzmasken arbeiten würde, in Photoshop zum Beispiel, dann würde ich zum Beispiel das selbe Ergebnis bekommen. Also gerade jetzt hier in den Mitteltönen möchte ich ein bisschen mehr Kontrast drin haben. Und deswegen ziehe ich jetzt hier einfach mal die Stärke so ein bisschen weiter nach oben. In den Glanzlichtern brauche ich jetzt eigentlich nicht mehr so viel Kontrast. Deswegen lasse ich das Ganze jetzt hier mal bei 10. Aber den Schatten, da können wir auch nochmal ein bisschen Kontrast aufbauen. Ungefähr hier nochmal 20. Sehr schön. Das Ergebnis gefällt mir. Wir gucken jetzt mal, ob wir noch was machen müssen. Ich muss das Bild auf jeden Fall am Ende noch ein bisschen schärfen. Deswegen werde ich jetzt hier auch den Schärfefilter noch hinzugeben. Und dann hier die Stärke auf ungefähr 40 stellen. Den Radius stelle ich ein bisschen weiter runter, damit wir hier eine etwas feinere Schärfe drin haben. Ja, auf ungefähr 25. Aber dann haben wir hier schon ein sehr gut nachgeschärftes Foto. Ich kann jetzt hier auch nochmal auf die 100% Ansicht gehen, um das nochmal ein bisschen besser zu kontrollieren. Ja, da braucht jetzt Lumina ganz kurz, um das Bild hier einmal zu verarbeiten. Beziehungsweise damit wir hier die 100% Ansicht wirklich richtig drin haben. Aber das sieht auch hier von der Schärfe schon richtig gut aus. Perfekt. Dann gehen wir hier wieder zurück in die Ansicht, damit das ganze Bild hier sich anpasst. Und den letzten Filter, den ich jetzt hier noch anwenden möchte, ist einmal der Polarisationsfilter. Das heißt, wir können hier den Himmel noch so ein bisschen bearbeiten. Da werde ich einfach mal gucken, ob der hier was bringt. Ja, wenn ich den jetzt hier mal richtig nach oben drehen würde, dann wirst du gleich sehen, dass dann gerade die Blautöne in dem Himmel sich nochmal sehr stark verstärken würden. Also da kommt dann jetzt einfach hier noch ein bisschen mehr Sättigung rein. Ja, aber so doll will ich das gar nicht haben. Sondern ich stelle ihn jetzt hier auf ungefähr eine Stärke von 15. Und dann haben wir hier ein sehr schönes Ergebnis. Das ist jetzt tatsächlich mal so der Workflow, wie ich ihn verwenden würde. Ich zeige jetzt hier mal das Vorher-Nachher. Ja, also so sah das Bild vorher aus. Und wir haben jetzt das hier draus gemacht. Ja, kann man finden, wie man möchte. Also es ist, wie gesagt, ein neuer Himmel. Wir haben einfach ein bisschen mehr Struktur jetzt im Himmel drin. Das ganze Bild ist jetzt ein bisschen softer auch geworden. Und wir haben so ein bisschen mehr auch diesen ganzen Sonnenuntergangs-Look noch mit eingebaut. Wobei ich hier jetzt echt finde, man kann noch so ein bisschen einen Filter hier noch mit reinsetzen. Und zwar haben wir hier noch einen Filter, der nennt sich Goldene Stunde. Den möchte ich dir auch noch zeigen. Da stelle ich jetzt hier die Stärke einfach nochmal ein bisschen nach oben. Und dann wird das ganze Bild nochmal ein bisschen wärmer und ein bisschen softer. Und das gefällt mir sehr, sehr gut, weil wir ja im Sonnenuntergang einmal ein sehr schönes Licht haben. Und da sieht das Ganze echt toll aus. Jetzt würde ich aber sagen, zeige ich dir nochmal das Vorher-Nachher. Also so sah es vorher aus, so sieht es jetzt aus. Es ist schon eine sehr starke Bearbeitung. Aber ich wollte dir jetzt auch echt mal zeigen, was mit dem Programm Lumina 2018 möglich ist. Natürlich muss man so eine starke Bearbeitung nicht immer unbedingt gut finden. Ja, man kann es auch weniger stark machen. Wie gesagt, jedem das Seine, so wie er es gerne hätte. Aber die Möglichkeiten in dem Programm sind wirklich richtig gut. Du kannst hier, wie gesagt, auch mit Ebenen arbeiten, mit Ebenen Masken und so weiter. Da kannst du dir also eigene Himmel hier noch hinzufügen zum Beispiel. Und das ist eine Möglichkeit, die wirklich sehr, sehr viel bringt. Ich hoffe, dir hat dieses Video gefallen. Wenn dem so ist, kannst du auf jeden Fall einen Daumen nach oben geben. Und du kannst es auch deinen Freunden empfehlen. Teile den Link mit allen Leuten, die du kennst, die irgendwas mit der Fotografie oder mit der Bildbearbeitung zu tun haben. Es würde mich freuen. Wenn du Lumina kaufen möchtest, dann hast du auch die Möglichkeit, 10 Euro zu sparen. Statt 69 Euro zahlst du einmalig nur 59 Euro. Wenn du unten über den Link gehst und dann auch den Code, der darunter steht, eingibst, dann sparst du nochmal 10 Euro. Du kannst Lumina auch erstmal kostenlos testen. Auch das kannst du über diesen Link da unten machen. Und wenn es dir gefällt, wie gesagt, 10 Euro nochmal gespart. Das war es mit diesem Video. Ich freue mich, wenn es dir gefallen hat. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin viel Spaß beim Fotografieren und Bildbearbeiten. Ciao! Outro Untertitelung des ZDF für funk, 2017